Daran arbeiten Sie schon seit einer Woche. Ich beobachte. Und wonach suchen Sie? Es fällt mir leichter zu beobachten, wenn ich nicht rede. Ich messe die Strahlung von Uran und stelle dabei fest, dass es wesentlich geringer strahlt als ein Erz. Das Erz strahlt stärker als das Element? Genau. Und ich verstehe nicht... Es muss eine Anomalie vorliegen. Die Ergebnisse von sechs Experimenten sind identisch. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch ein weiteres Element ist, das die Ergebnisse verzerrt. Sie denken an ein unbekanntes neues Element? Wenn Sie mich auslachen wollen, dann bin ich... Aber nein, ich lache Sie nicht aus. Es ist faszinierend. Ihre Messvorrichtung taugt nichts. Sie hat aber bisher einwandfrei funktioniert. Wenn wir exakte Ergebnisse haben wollen, brauchen wir eine Apparatur von äußerster Präzision. Es gibt kein Wir. Sie benötigen etwas zur Messung mikroskopischer Energiemähe. Nein, bitte. Nein, nein, nein. Doch, und ich habe eine Idee. Folgen Sie mir. Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews dieser Woche. Ich bin der Johannes und der Luke... Hallo. Er hängt mit rum. Ich hänge rum und... Ich habe ganz viel geguckt die Woche, aber nichts, was so relevant ist. Ja, ich hoffe, ihr hört, dass ich wieder ein gescheites Mikro in der Hand habe. Gott sei Dank. Yay. Und ja, wir machen diese Woche ein kleines Roundup. Also, ich sage mal so, mein Hintergedanke war, weil ja jetzt Kinos wieder offen haben und tatsächlich in Deutschland, also jetzt kommen keine Major-Releases raus, weil die sind ja alle verschoben wie Sau. Aber es kommen ja tatsächlich jede Woche kleinere Filme raus, also laufen an. Ob man die dann auch irgendwo praktisch sehen kann, hängt, glaube ich, stark von den Kinos in der Gegend ab und so. Aber das gibt natürlich uns die Möglichkeit, die zu reviewen, auch wenn wir sie jetzt nicht unbedingt im Kino gesehen haben, sondern halt vielleicht auf einem US-Streaming-Dienst oder so. Also, ich war jetzt nicht im Kino für irgendeinen davon, weil die Spielzeiten nicht gut waren oder man die Filme auch nicht mehr wirklich gefunden hat. Genau, aber ich habe auf jeden Fall diese Woche sehr viel nachgeholt. Und du hast eine Doku gesehen, die frisch rausgekommen ist. Ja, ich meine, ja, genau das. Ich konnte nicht ins Kino gehen und mit Streaming hatte ich ein Problem. Ja, also, das heißt, und wir haben eine neue Serie angefangen. Ja! Das ist das, was wir zusammen machen diese Woche. Das ist der Grund, warum wir es treffen. Genau. Das heißt, für den Großteil der Reviews ist einer von uns einfach im Hintergrund und sagt, mhm. Ah, ja. Genau. Aber anyway, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich fange an mit einem Review zu, im Englischen heißt er Radioactive, im Deutschen heißt er Marie Curie, wenn ich mich recht erinnere, die Elemente des Lebens oder eines Lebens. Gehört das, wenn ich mich recht erinnere, dazu? Nein, wenn ich mich recht erinnere, gehört nicht dazu, aber er hatte so einen ganz, ganz furchtbaren Biopic-Untertitel. Ja, aber ich meine, wie man hört, das ist ein Biopic über Marie Curie, die Entdeckerin der Radioaktivität. Und sie ist gespielt von Rosamund Pike, eine sehr gute Schauspielerin. Das Spiel noch mit Sam Riley, Anya Taylor-Joy, die dann irgendwann plötzlich auftaucht, völlig random, was ich sehr witzig fand. Das Ganze ist unter der Regie von Marianne Satrapi, die den sehr guten The Voices gemacht hat, den ich glaube Colin und ich mal in der Challenge besprochen hatten. Wir haben auf jeden Fall mal im Podcast drüber geredet und ich kann mir keinen anderen Kontext dafür vorstellen. Also sie geht von einer sehr, sehr düster, witzigen Splatter-Komödie zu einem relativ klassischen Biopic, was ich einen interessanten Sprung fand. Der Film erzählt die Geschichte von der Nobelpreis-Gewinnerin Marie Curie und es ist so eine relativ super, super straightforward klassische Biopic-Struktur. Wir fangen an, als sie ihren späteren Ehemann kennenlernt und anfängt halt die Experimente zu machen, die später zur Entdeckung der Radioaktivität führen und so weiter. Und begleiten sie halt quasi bis an ihr Lebensende. Und es fängt auch noch so super, fast schon klischeehaft klassisch damit an, dass der Film damit beginnt, dass sie alt ist und mehr oder weniger im Sterben liegt und reflektiert über ihr Leben und dann springen wir zurück. Ja, das ist, was mir von dem Film größtenteils hängen geblieben ist. Es ist ein sehr, 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 sehr durchschnittliches, klassisches Biopic, das auch alle Elemente bedient, die so ein Biopic haben muss. Wenn man ein, zwei Biopics dieser Art gesehen hat, dann kann man sich den Film mehr oder weniger schon ausmalen, wenn man so ein bisschen weiß, wer Marie Curie war und was der ihr Leben so ein bisschen ausgemacht hat. Das Positive an dem Film ist, er ist sehr gut gespielt, gerade von Rosamund Pike in der Hauptrolle. Sie hat sehr viel zu tun in dem Film und das macht sie wirklich gut. Er ist schön produziert, also die Zeit wird sehr lebhaft erzählt. Das hat mir gut gefallen. Storymäßig ist er halt, fand ich, relativ schwach. Er ist dann interessant, wenn ich was Neues über sie gelernt habe. Aber jetzt rein von der dramatischen Grundstruktur ist es halt so 0815, wie es nur geht. Also fast schon so ein Cradle to the Grave Biopic, falls einem der Begriff was sagt. Und da bin ich einfach nicht so ein großer Fan davon. Also ich finde, das hat so ein bisschen, ja, das fühlt sich fast so ein bisschen veraltet an, diese Art von Biopics zu machen. Ich bin weitaus mehr ein Fan davon, wenn man sich für einen Biopic einen bestimmten Zeitraum im Leben einer bekannten Persönlichkeit oder so aussucht, in der halt ein bestimmtes, dramatisches Element passiert ist oder so. Das ist weitaus mehr mein Ding. Der Film hat dann noch so ein paar Elemente, die jetzt nicht so klassisch Biopics sind. Eins davon, das mir ganz gut gefallen hat. Er versucht tatsächlich oder er unternimmt mehrere Versuche, auch die Wissenschaft hinter Marie Curies Arbeiten zu erklären. Sehr oberflächlich und für Laien, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja auch okay, weil nichts nervt mich in einem Wissenschaftler-Biopic mehr, als wenn ich das Gefühl habe, die machen irgendwie Bullshit-Science vor der Kamera. Und es ist halt inszeniert, dass ich das Gefühl habe, es ist wichtig, was die da jetzt tun. Nein, ich hatte schon in den meisten Fällen das Gefühl, ich weiß ungefähr, was die Experimente sind, die sie da gerade durchführt. Das war interessant. Das hat mir gut gefallen. Das hat dem noch so ein bisschen eine Note gegeben, wo ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt nicht hier nur, um die Person abzufeiern und so ein bisschen das Drama mitzuerleben, was die halt so erlebt hat oder was da reingedichtet wurde, sondern okay, ich soll schon auch so ein bisschen appreciaten können, was diese Frau wissenschaftlich geleistet hat. Das war cool. Ein anderes Element, das ich sehr weird fand, was ich verstehen kann, dass es drin ist, ist, wir springen immer wieder an Punkte in der späteren Menschheitsgeschichte, an der die halt maßgeblich durch ihre Arbeit beeinflusst sind. Sprich, also es ist fast unweigerlich, dass die Atombombe irgendwo vorkommt in einem Film über Marie Curie und Chernobyl kommt vor und so weiter. Das sind aber Elemente, die immer wieder im Film eingestreut sind. Also es gibt Punkte in dem Film, wo wir dann plötzlich in das Flugzeug springen, das kurz davor ist, die Atombombe über Hiroshima abzuwerfen. Und es hat halt so richtig mit der Story des Films nicht wirklich was zu tun und fühlt sich stark wie ein Fremdkörper an. Und es ist mir völlig klar, warum es drin ist, weil ich verstehe total, dass da ein inhärentes Drama darin ist, dass wir die Geschichte dieser Frau erzählen, was die wissenschaftlich leistet und was sie auch, also was sehr unweigerlich auch mit drin ist, was sie geleistet hat als Frau im wissenschaftlichen Feld zu dieser Zeit. Was ja auch richtig und wichtig ist. Und dann, also kommt man nicht drum rum, auch drüber zu reden, was ihre Arbeit für Folgen hatte. Negative Folgen, große negative Folgen in unserer, in der späteren Geschichte. Aber ich fand es super merkwürdig, das einfach so mitten rein zu hauen immer mal wieder. Das hat sich mir nicht wirklich erklärt und fühlt sich dadurch auch sehr mit einem Vorschlaghammer an. So, nö, aber das ist, was damit auch passiert ist. Hast du es verstanden? Es war nicht unbedingt nur gut, was Leute dann später aus ihrer Arbeit gemacht haben. Ich hätte es total erwartet, dass am Ende dann halt einfach nochmal so eine Montage kommt und das ist, was Radioaktivität der Welt gebracht hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Aber so mitten rein ist es halt mega weird. Das hätte ich nicht gebraucht. Ja, so alles in allem ist es ein relativ durchschnittliches Biopic. Wenn man nicht über Marie Curie weiß, dann ist das bestimmt ein guter Startpunkt, um die Frau kennenzulernen, um so ein bisschen kennenzulernen, was die ausgemacht hat, was ihre Geschichte ist, womit sie zu kämpfen hatte. Gerade, wie gesagt, als Frau im wissenschaftlichen Feld zu der Zeit. Das ist definitiv interessant. Es ist gut gespielt. Aber es ist halt Biopic-Formel 1x1 und mehr nicht wirklich. Und das ist so ein bisschen schade. Also muss man nicht unbedingt gesehen haben. Kann man auch warten, bis er auf dem Streaming verfügbar ist. Würde ich jetzt keinem sagen, okay, dafür musst du jetzt die Maske aufziehen und eine Covid-Infektion riskieren, um ins Kino zu gehen. Das ist er, glaube ich, nicht wert. Okay. Yes. Ich habe tatsächlich vorher nicht so hundertprozentig geschaltet, als du Marianne Satrapi erwähnt hast. Weil ich kann mich erinnern, dass Persepolis so irgendwie der Hipster-Film schlechthin war, von dem ich immer wieder gehört habe, aber ihn nie gesehen habe. Total. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Der ist aber auf meiner Watchlist. Schon eine ganze Weile. Ja, der ist quasi seit 2007 so ein bisschen irgendwie auf dem Schirm bei mir. Seit er rauskam, aus irgendeinem Grund. Naja, aber schade. Also was heißt schade? Ich finde, das ist halt so ein richtiges Boomer-Genre einfach. Ja, total. Ich meine, für wen ist es halt sonst so? Oscar Bate und ein bisschen hier irgendwie alte Leute ins Kino ziehen. So, ach ja, Marie Curie, ich kann mich erinnern. Damals, damals. 1908. Nee, es ist völlig in Ordnung, aber du hast recht. Es ist halt, es ist so ein bisschen ein sterbendes Genre und ich weiß es immer zu schätzen, wenn ein Biopic einen anderen Ansatz wählt. Weil ich finde, es gibt einfach interessantere Ansätze, eine Geschichte über jemand Bekanntes zu erzählen, als einfach quasi die Wikipedia-Seite zu dramatisieren. Blöd gesagt. Ja. Apropos Wikipedia-Seite zu dramatisieren. Trenner! Fear City, New York vs. the Mafia. Oder auf Deutsch, Stadt der Angst, New York gegen die Mafia. Hier haben wir es bei einem perfekt übersetzten Titel, mit einem perfekt übersetzten Titel zu tun. Ist eine Netflix-Doku-Mini-Reihe von irgendwelchen Leuten, es gibt hier keine Angaben auf IMDb, scheint auch niemanden zu interessieren. Es ist im Prinzip eine Zusammenfassung des Kampfes vom FBI gegen die New Yorker Mafia in den 70ern und 80ern. Eine Zeit, in der die Mafia ganz stark die Stadt unter ihrer Kontrolle hatte. Das ist eine Zeit, die in vielen Dokus manchmal direkt in Bezug auf die Mafia beleuchtet wird, manchmal direkt mit Bezug auf generelle Crime-Waves. Das ist einfach auch eine Zeit, wo dann irgendwie viele Law & Order-Sachen passiert sind. Und eine Zeit, in der Donald Trump ein Investment, ein Bauherr, ein Immobilien-Realisateur in New York war. Ja, ich meine, wie fancy kann man es noch ausdrücken. Und tatsächlich, aus irgendeinem Grund ist es auch ein wiederkehrendes Element. Und ich verstehe es so langsam, also, ich frage mich, ob diese Dokus absichtlich Conspiracy-Theorists in die Hände spielen wollen. So von wegen hier, ah, Netflix mit seiner jüdisch-bolschewistischen Propaganda gegen Donald Trump. Weil tatsächlich wird da relativ oft gezeigt. Und tatsächlich, also es gibt so ein paar Momente, die so fast ein bisschen arg Holzhammer sind, wo es dann irgendwie heißt, ja, es ist schon quasi unmöglich, zu dieser Zeit irgendwie in Immobilien tätig gewesen zu sein in New York und keine Kontakte zur Mafia gehabt zu haben. Also, ich habe ja jetzt die Doku nicht gesehen, aber ist es nicht völlig erwiesen, dass Donald Trump Mafia-Kontakte hatte, zumindest zu der Zeit und wahrscheinlich immer noch hat? Ach Mensch. Das ist doch ein Ding, oder? Okay, okay, dann vergiss, was ich gesagt habe, dann passt ja. Und ohne jetzt, ohne jetzt hier, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine nochmal, nicht nochmal Recherche gemacht, aber ich habe immer so im Hinterkopf, dass das ein Ding ist, aber red weiter. Es stört mich auch nicht, Trump letztendlich, ich finde es auch okay, Trump irgendwas zu bezichtigen, was er vermutlich getan hat oder vermutlich, also, oder was ziemlich sicher ist. Tatsächlich habe ich mich nicht damit beschäftigt, wie hieb- und stichfest das ist. Das Einzige, was mich daran gestört hat, war halt so, okay, wir haben hier eine Doku mit dem Thema und es ist eine Netflix-Doku und schon wieder haben wir irgendwie einen Querschläger zu Trump. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal. Bei Jeffrey Epstein zum Beispiel ist das ganz klar. Aber, und klar, bei der Mafia, wenn er jetzt wirklich erwiesen Kontakte hatte, okay, gut, das ist nochmal was anderes. Andererseits ist Rudy Giuliani ja ein heftiger Verfechter von Trump, bis heute, glaube ich. Und er war damals der New Yorker Staatsanwalt und er wird heftig interviewt die ganze Zeit über und das ziemlich, ja, also eigentlich unkritisch so. Ja, also ohne jetzt nochmal so eine Tangente aufzumachen, Rudy Giuliani ist ja eh so ein interessanter Charakter, weil er gilt doch als der Mayor, der irgendwie New York aufgeräumt hat. Ja. Und davon ist ja heute nicht mehr so viel übrig, sagen wir es mal so. Ja. Ja, also genau, auf seine Regierungszeit in New York als Mayor, es wird auch kurz Bezug genommen. Ja, also ich bin direkt in die Tangente mit Donald Trump reingesprungen, weil über das Thema der Serie an sich gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sagen, außer, ha, es ist halt so ein Wikipedia-Artikel in Bildern. Ich finde das wunderbar, das werde ich in meinen Sprachgebrauch übernehmen, das ist perfekt. Schöne. Ja, ähm, es ist nichts Neues, man kann perfekt irgendwie so ein bisschen was nebenher machen, muss nicht die ganze Zeit drauf achten. Es war perfekt für mich irgendwie so jetzt in dem Rahmen, einfach irgendwie Berieselung nebenher, ich gucke hin und wieder mal drauf, ach ja, da ist Donald Trump, alles klar. Ach ja, Fat Tony, alles klar, ja, ja, ich kann mich an den Namen erinnern, ich weiß noch ungefähr, hm, hm. Also inhaltlich ist nicht wahnsinnig viel Neues, Mafia in New York, so, haben sich zusammengeschlossen und wurden dann alle angeklagt und sind dann alle in den Knast gekommen, die Bosse. Also das ist so vielleicht so das Herausragendste daran und ich hatte so irgendwie den Eindruck, okay, das ist schon, ich weiß nicht, da wurden natürlich auch ganz viele Aufnahmen gezeigt von dieser ruinierten Stadt und so und das ist schon sehr einflussreich auf wahnsinnig viele Medien, glaube ich, auch gewesen, diese Zeit in New York, weil ich kann mir kaum eine Stadt in der ersten Welt vorstellen, ach, das klingt so furchtbar, aber ich kann mir kaum eine andere, so große, so wohlhabende Stadt vorstellen, die halt vor nicht mal 50 Jahren so ruhig, also wirklich absolut zerrüttet war. Und jetzt ist, klar, jetzt wird es auch wieder schlimmer und so, aber, aber halt wirklich so richtig einfach so tief verwurzelte kriminelle Strukturen hatte, dass halt die Polizei gesagt hat, ach ja, wir waren eigentlich ganz froh, wenn wir so ein, zwei Mal im Jahr jemanden gefasst haben von denen. Ja, ist schon krass, ja. Und diese, diese, diese rapide, das finde ich immer wieder, also ich glaube, das zieht mich auch immer wieder zu diesen Mafia-Sachen hin, einfach so diese, diese Vorstellung, dass es halt gar nicht mal so lang her ist und so eine große Stadt und einfach so viel Kontrolle und Macht darüber ausgeübt wurde. Also sie interviewen auch zwei ehemalige Soldiers, zwei ehemalige Mafia, Mafiosis, zwei, zwei Wise Guys und denen geht's gut. Also die sehen ziemlich well off aus, so, also in feinen Anzügen und also, hm, hm, es ist schon ein bisschen gruselig, diese, diese Vorstellung, dass, dass, dass sie so viel Macht haben, das ist halt auch dann letztendlich klar. Ja, ich meine, die, die Bosse sind in den Knast gekommen und alles, aber, ey, trotzdem, was die, was die an Geld bewegt haben und was die an, an Macht ausgeübt haben, das ist schon für mich unvorstellbar. Das ist schon krass, ja. Ja, genau. Und, äh, insofern, es, es ist, es ist Mittel, es ist durchwachsen, es ist nicht was, was ich wirklich angucken würde, wenn ich mich die ganze Zeit hundertprozentig drauf konzentrieren müsste. Also, das wäre dann nicht meine erste Wahl, bei weitem nicht. Sondern so, ja, als Hintergrundberieselung, ganz cool. Okay. Cool. Ja. Dann, dann, würde ich mal sagen, machen wir eine Überleitung zu einem Film, der sich hier, finde ich, sehr gut anschließt. Oh. Nämlich Greyhound, ein neuer Film unter der Regie von Aaron Schneider, der nur den Film Get Low davor gemacht hat und es spielt mit und hat das Drehbuch geschrieben, Tom Hanks, hm, in der Hauptrolle. Und dann ist noch in zwei Szenen. Und dann ist noch in zwei Szenen Elisabeth True dabei und ein Haufen namenlose Soldaten sozusagen. Entschuldigung an die ganzen Schauspieler, das ist ein Film, der im Kino rauskommen sollte, dann Covid-mäßig, aber an Apple TV Plus verscherbelt wurde. Und es ist jetzt auch so der erste namenhafte Film Release, den ich so von Apple TV Plus auf dem Schirm hatte. Und ich habe das auch immer nur so aus meiner US-Film-Twitter-Bubble mitgekriegt und war mir gar nicht sicher, ob der hier zu Lande überhaupt rauskommt. Da habe ich halt mal auf meinem Handy die Apple TV-Apps das erste Mal aufgemacht und gesehen, oh ja, hier, ich kann den ja auch hier anschauen. Okay. Und dann habe ich mir für einen Tag das Probe-Abo geholt, weil bisher hat mich, ich habe es dann auch alles durchgeschaut, was die sonst so haben. Und Apple TV Plus hat mich bisher noch nicht so gereizt. Sorry, Leute. Ein paar interessante Serien, aber dann habe ich Zeit, Serien zu schauen, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, und die Filmauswahl ist jetzt nicht, also beziehungsweise das meiste davon muss sowieso leihen, das ist ja so ein bisschen das Prime-Modell. Du hast die Plus-Version, die du abonnierst und dann hast du halt einen Haufen Originals, die du halt frei kostenlos schauen kannst. Aber sonst halt so die normalen Filme musst du halt trotzdem zwei, drei Euro zahlen. Nee. Also das Amazon-Modell und da brauche ich dann halt das Abo nicht so wirklich. Weil bei Amazon kriege ich auch noch Pakete geliefert dafür. Das ist richtig. Und Twitch Prime darf man nicht vergessen. Richtig, richtig. Greyhound ist ein zweiter Weltkrieg-Thriller. Ja, es ist der ultimative Dad-Movie, wenn man so will. Die gesamte Handlung dieses Films ist, dass ein US-Zerstörer auf dem Atlantik eine Flotte an Handelsschiffen und anderen zivilen Schiffen beschützen muss gegen einen Wolfsrudel, eine Flotte deutsche U-Boote. That's it. Das ist der Film. Mehr Geschichte gibt es nicht. Charakterisierung ist nicht vorhanden. Wir lernen, also Tom Hanks spielt den Kapitän dieses Schiffs. Es ist wohl, er hat die Inspiration anhand eines Buches, eines Romans gehabt. Tom Hanks ist ja bekanntermaßen auch ein großer Geschichtsfan. Und er ist vor allem ein Fan von, also ich meine, ich glaube, man hat so ein Bild von Tom Hanks. Und wenn man weiß, dass er zum Beispiel Schreibmaschinen alte sammelt, dann hat man so ein Bild, wer dieser Mensch ist. Und ich finde, dieser Film verkörpert das auch ganz gut. Oder ich verstehe, warum er diesen Film machen wollte, warum er das Drehbuch geschrieben hat. Weil der Film ist kein klassischer Film in dem Sinn, dass wir eine richtige Handlung haben, sondern er konzentriert sich ganz viel auf, wie diese Kommandostrukturen auf diesem Schiff sind. Wie funktioniert die Technologie auf diesem Schiff? Es ist ein reiner Thriller von Anfang, also der Film beginnt damit, dass Tom Hanks seine Freundin irgendwo trifft und okay, wir wissen, der will sie heiraten und sie tauschen Geschenke aus. Und dann nächste Szene, wir sind auf dem Schiff und die O-Boote greifen an und dann ist es ein 90 Minuten, ein effizienter 90 Minuten Thriller. Wir versuchen, so viele der Flotte wie möglich heil über den Atlantik zu bringen. Vielleicht noch als Hintergrundinfo, für alle, die nicht so geschichtsaffin sind, warum diese Zerstörer diese Flotten begleitet haben, ist, dass es im Atlantik einen Zweitagesabschnitt gab, wo die Flugzeuge, die aus den USA die Schiffe begleiten konnten, dann umdrehen mussten, weil sie nicht mehr genug Sprit hatten. Und noch nicht die Flugzeuge aus Großbritannien die Flotte begleiten konnte und vor U-Booten schützen konnte. Das heißt, da war ein, es ist quasi eine, ich glaube, es nennt sich auch der Black Pit, haben sie es damals genannt. Ein 48 Stunden Abschnitt der Atlantiküberquerung, wo die Schiffe quasi ohne Luftunterstützung U-Booten ausgeliefert waren. Und da war es halt tatsächlich so, dass halt dann Kriegsschiffe versucht haben, die Leute da rüberzubringen und so viele wie möglich rüberzubringen. So, das ist der Hintergrund. Es ist ein Film von einem Geschichtsfan für Geschichtsfans und für niemand anders. Und entsprechend hat mir der Film auf dieser Ebene gefallen, weil ich bin ein ziemlicher Geschichtsnerd. Ich kann mir stundenlang Hardcore History anschauen, anhören, falls das jemand kennt. Und ich kann mich wohl ähnlich wie Tom Hanks für diese Strukturen auf so einem Schiff begeistern. Und so dieses, okay, wie funktioniert das, dass jetzt der Sonar da irgendwie versucht, diese U-Boote zu ordnen. Und dann haben die deutschen U-Boote so ein Fake Propeller, so ein Ding, wo sie so einen Fake Propeller-Sound generieren konnten, wo die dann ihre Wasserminen verschossen haben und die versucht haben, ein Fake U-Boot quasi zu sprengen und so weiter. Also so lauter so, okay, der Film versucht wirklich so detailliert wie möglich abzubilden, wie das wohl damals war. Und das wusste ich zu schätzen. Und da ist er auch wirklich gut gemacht. Weil ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, wo ich, okay, das ist ein Apple TV Plus Film und irgendwie das Cover ist irgendwie Tom Hanks, wie er durch so ein kaputtes Bullauge guckt. Das sah halt alles irgendwie so ein bisschen billig aus. Und billig gemacht ist der Film bei weitem nicht. Also da ist ein Haufen CG drin, aber das ist wirklich gut gemacht. Das muss man ihnen lassen. Das ist cool. Und es ist ein spannender Thriller. Ich glaube aber auch wirklich nur, wenn man sich dafür interessiert, weil ich habe auch ganz viele gelesen, die den Film total langweilig fanden. Weil es passiert effektiv nichts. Wir versuchen, die U-Boot zu fangen. Also es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Es ist wirklich so ein 90-Minuten-Tom-and-Cherry-Cartoon im Prinzip, halt nur ernst. Und das ist halt mein großes Aber, wenn ich sage, mir hat der Film gefallen. Das muss man, glaube ich, darüber wissen. Wir erfahren nichts über irgendeinen Charakter hier. Wirklich. Tom Hanks ist unser Hauptcharakter. Wir erfahren am Anfang, er will seine Freundin heiraten. Und er ist religiös, weil er betet einmal. That's it. Und dann gibt es noch so einen Running-Gag, dass er immer Essen gebracht kriegt, aber es ist halt alles so unter Stress und so weiter und er isst nie was. Das ist, was wir über irgendeinen Charakter in diesem Film erfahren. Alle anderen sind so ein bisschen namenlose Soldaten. Einen, der Typ, der ihm immer Essen bringt, dem lernen wir ein bisschen näher kennen, damit wir eine emotionale Bindung aufbauen. Aber das war's. Da ist nicht mehr drin. Und wenn man dann eben kein Interesse am Zweiten Weltkrieg und an so Seeschlachten und so weiter hat, dann ist da auch nichts in diesem Film, was einen irgendwie begeistern könnte. Ja, und das wäre so mein, das ist auch so mein Fazit. Also wenn man sich unter diesen Geschichts-Nerds oder, tja, Zweiter Weltkrieg interessierten, Seeschlacht interessierten Menschen befindet, dann kann man aus dem Film, glaube ich, schon was ziehen. Und dann fand ich es auch schade, dass man den nicht im Kino sehen konnte, weil da hätte das bestimmt auch ordentlich gewummst. Und so, wenn man dann, es gibt so ein paar wirklich schöne Lufteinstellungen, wenn das Schiff dann versucht, irgendwelchen Torpedos auszuweichen und du siehst, was das für haarscharfe Manöver sind und so weiter. Es ist cool, es ist cool, es ist spannend, ich fand's spannend. Aber für alle anderen macht ein Bogen drum, dafür lohnt sich jetzt das Apple TV Plus Probeabo nicht unbedingt. Aber ja, ich hatte zumindest Spaß. Was du eingangs gesagt hattest mit den Kommandostrukturen, wie das alles so technisch funktioniert, das hat mich so ein bisschen an so einen Audio-Guide erinnert, wenn man irgendwie eine Führung durch so ein tatsächliches Schiff macht und dann nimmt man halt so einen Teil und dann tippt man eine Nummer ein und dann kommt da ein Sound so. Ja, ja. And the soldiers who were stationed here. Total, es fühlt sich so total an. Ab irgendeinem Punkt wusste ich dann schon, okay, jetzt müssen sie irgendwie hierhin ausweichen, jetzt wird er gleich schreien, hard left rudder und dann brüllt einer zurück, hard left rudder und dann macht er diesen Hebel um, weil ich jetzt gelernt habe, dieser Hebel ist, wie er das Kommando weitergibt und bla. Ey, ich fand's cool. Ich fand's cool, aber es ist ein sehr spezifisches Interessengebiet. Ja. Finde, dass das cool ist und für niemanden sonst. Ja, 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 ja. Gut. Cool. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir einen Trenner, dann mache ich noch einen Film-Review. Ja. Und diesmal keinen Bubacontent, tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich. Yo, wir, ich habe noch einen weiteren Film gesehen, der inzwischen hier offiziell im Kino rausgekommen ist. Wie gesagt, ob man ihn dann auch irgendwo findet im Kino. Andere Frage. Den hat Abi jetzt zum Beispiel keine Vorstellung gefunden. Nicht mehr, wo ich aktiv danach gesucht habe. Gretel und Hansel. Gretel und Hansel. Ist der Film, ist es auf den Kopf gestellt von Grimms Märchen, ne? Und, haha, ich sehe gerade, die englische Tagline ist A Grimm Fairy Tale. Get it? Because it's grim. Ah. Ah. Es ist, ja, die Arthouse-Version von der Hensel und Gretel-Geschichte. Es spielen mit Sophia Lillis, die man wahrscheinlich aus den It-Filmen kennt. Und Samuel Leakey Charles Barbaola, Barbal, Barbal, irgendwie so. Und ein paar mehr. Es sind nicht besonders viele. Unter der Regie ist das von Oz Perkins. Und, äh, ist das sein Regie-Debüt? Ist das nicht sein Regie-Debüt? Nee. Nein. Nein, der hat schon mal andere Sachen gemacht. Und er ist auch Schauspieler gewesen, weil er ist der Sohn von Anthony Perkins. Holy shit. Wenn man auf sein Bild klickt, ist das auch unverkennbar. Mhm. Krass. Ach, lustig. Ja, okay. Ich kenne ihn. Interessant. Interessant. Das wusste ich nicht. Ja, es ist eine, ich habe gesagt, eine Arthouse-Version der Hensel und Gretel-Geschichte. Also so die grundlegende, oder ich sage mal, das erste Drittel, die ersten zwei Drittel der Geschichte wird man kennen. Es ist ein bisschen anders erzählt. Es ist jetzt nicht so, dass hier Hensel und Gretel, in dem Fall ist es tatsächlich auch ein großer Altersunterschied. Hier Gretel, es geht mehr um Gretel als um Hensel. Hensel ist ein kleines Kind und Gretel ist, ja, eine Teenagerin. Und es ist hier so, der Aufhänger ist hier so, dass die Familie einfach kein Essen mehr hat und die Mutter sie quasi aktiv rausschmeißt. Aber es gibt jetzt nicht dieses im Wald aussetzen und so weiter, sondern die werden einfach weggeschickt. Und der Film beginnt auch damit, dass Gretel gesagt kriegt, okay, du musst jetzt hier einen Job kriegen. Und dann bei so einem super schmierigen, creepy, adligen, quasi ein Job-Interview hat sozusagen, das auch gleich sehr creepy sexuell wird, wo sie halt, okay, nee, mach ich nicht. Und dann tickt die Mutter aus und schmeißt sie quasi raus. Und dann ist es so, okay, die beiden versuchen im Wald zu überleben. Es ist, und irgendwann bekanntermaßen treffen sie, finden sie dieses Hexenhaus und so weiter. Und der Twist hier ist, oder der, das ist kein Twist, also ich meine, ich spoil jetzt nichts Riesiges, sondern die etwas andere Herangehensweise hier ist, dass Gretel auch vielleicht magische Kräfte hat oder anfängt so etwas zu entwickeln, Potenzial hat, dass die Hexe auch in ihr sieht. Es ist etwas vielschichtiger, was dann, wer die Hexe ist, was die Geschichte dahinter ist, wie Gretel dann eine Beziehung zu dieser Frau aufbaut und, ja, was deren Motive sind und so weiter. Also da versucht der Film ein bisschen mehr was draus zu machen und auch eine modernere Allegorie zu schaffen. Ein durchaus feministischerer Ansatz, sagen wir es mal so. Und das hat mir ganz gut gefallen. Der Film ist vom, es ist hyperstilisiert. Ich habe vorhin gesagt, das ist so ein bisschen die Arthouse-Horror-Version davon. Vielleicht kann man sich dann schon ein bisschen drunter vorstellen, in welche Richtung das geht. Es ist natürlich eine Szene drin, wo Hänsel und Gretel am Anfang im Wald versuchen zu überleben und Pilze essen und dann einen Trip haben. Und wir eine super weitwinklig gedrehte Sequenz haben, die super abstrakt ist, wo die quasi ihren Hai im Wald rumhocken. Das ist die Richtung, in die sich dieser Film bewegt. Und der Film hat sehr gespaltene Meinungen hervorgerufen. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil es einer von diesen Filmen ist, die als Horrorfilm beworben sind. Und dann hockt sich da jemand rein, der einen Horrorfilm, einen normalen Horrorfilm erwartet und kriegt halt sowas vorgesetzt. Und das funktioniert dann halt nicht. Das ist auch ein Film für ein sehr spezifisches Publikum und auch wieder für niemand anders sonst. Und ich bin so ein bisschen dazwischen. Also mir hat der ganz gut gefallen von der Grundidee her und auch dieser neue Ansatz, dass wir uns auf Gretel fokussieren und auf ihre Geschichte und ihre Entwicklung. Es ist so ein bisschen ein Coming-of-Age-Story für Gretel tatsächlich. Das fand ich schön. Naja, das ist ein interessanter Twist auf die Geschichte und nimmt halt quasi diese Grundlage von einem Grimm-Märchen, um ein bisschen eine modernere Geschichte draus zu spenden. Das funktioniert auch gut. Ich finde aber tatsächlich, dass der Film sich so ein bisschen in seinem Stil verliert. Und dann manchmal gefühlt nicht genug Substanz hat, um diese Hyper-Stilisierung und diese sehr langen und elegischen, diese langsamen, elegischen Erzählweise dann auch zu rechtfertigen manchmal. Und der Film ist auch unter 90 Minuten, also der ist 87 Minuten und fühlt sich trotzdem teilweise sehr lang an. Deswegen habe ich gedacht, das ist ein Regie-Debüt, weil das fühlt sich halt noch so ein bisschen unausgereift an. Aber ich finde durchaus, dass es sich lohnt, wenn man auf diese Art von Films steht, weil er hat genug Substanz, dass er sich... Also ich glaube, man kann durchaus was rausziehen. Und das Finale ist cool. Es gibt ein paar sehr, sehr coole Creepy-Sequenzen. Es gibt visuelle Spielereien, die mir sehr gut gefallen haben. Und ich glaube, damit kann man Spaß haben. Aber man sollte keinen Horrorfilm erwarten. Er ist nicht besonders gruselig. Nee, er ist nicht gruselig. Und wenn man es mehr so als abstraktes Retelling der Hänsel und Gretel-Geschichte, abstraktes modernes Retelling der Hänsel und Gretel-Geschichte sieht, ich glaube, dann ist man besser vorbereitet auf das, was man da serviert kriegt. Also eine Empfehlung mit Vorbehalt, würde ich mal sagen. Aber es war genug drin, mit dem ich Spaß hatte. Cool. Schön. Yes. So. Dann spielen wir jetzt einen Trenner und reden über die neue Serie, die wir jetzt tatsächlich angefangen haben und auch Episode für Episode reviewen werden. Also, Cursed ist eine Reihe, die ich mir einfach so rausgepickt habe, weil sie mich angesprochen hat vom Titelbild her. So gefühlt so mit Warrior Nun und Cursed und es kam noch mal irgendwas anderes raus, noch mal irgendein Fantasy-Ding, wo ich dachte, okay, welche von denen? Welche von denen? Und ich habe einfach irgendwas gebraucht. Es war übrigens irgendwie unglücklich mit Warrior Nun, das gleichzeitig zu releasen, weil ich habe die ständig verwechselt. Ja, total unglücklich. Richtig, richtig blöd. Und vielleicht wäre das die bessere Serie gewesen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich für die entschieden, sie runterzuladen für eine Zugfahrt und habe dann die erste Episode angeguckt auf dieser Zugfahrt. Und tatsächlich von Frank Miller, der auch die gleichnamige Graphic-Novel-Comic-Reihe, auf jeden Fall Graphic-Novel, ich bin mir nicht sicher, ob es eine längere Comic-Reihe war, aber basiert auf einem Comic. Und Tom Wheeler, ebenfalls ein Creator dieser Reihe. Und mit Spielen tun. Catherine Langford, Devin Terrell, Gustav Skarsgard, Daniel Sharman, Sebastian Armesto und noch ganz, ganz, ganz viele andere, viele Leute, die man sich auf IMDb angucken kann, die noch mitspielen in vielen Episoden. Und es geht um Nimue, die eine junge Fae ist, also ein Mitglied der Rasse der Fae, übernatürliche Wesen, die quasi so Menschen sind, aber halt mit so ein bisschen magischen Fähigkeiten. Sie lebt in einem Fae-Dorf und ein böser Kreuzzug, Anti-Fae-Kreuzzug von bösen, bösen Christen, wobei bisher waren es noch nicht so offensichtlich Christen, aber schon so Christen, kommt in ihr Dorf und messelt alles nieder. Und sie hat übrigens auch magische Fähigkeiten und ist irgendwie verflucht. Also was heißt verflucht? Ihr Dorf nennt sie verflucht. Also alle bis auf ihre Mutter und ihre beste Freundin haben Angst vor ihr, weil sie sehr viel stärkere magische Fähigkeiten hat als die anderen und deshalb angeblich verflucht ist. Und sie kriegt ein magisches Schwert und dann gibt es auch noch einen jungen Mann, der Arthur heißt. Und es ist ganz schön viel in der ersten Episode drin. Hey, holy shit. Wie hat dir die erste Episode denn gefallen? Ja, es ist voll gepackt. Es ist voll, Mann. Krass. Also ich hatte keine Ahnung darüber. Wie gesagt, ich habe Warrior Nun und das immer verwechselt, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Ich habe nur halt gesehen, okay, auf Netflix kommen in kürzester Reihenfolge zwei Serien raus, wo es um Frauen mit Schwertern geht, was ist, was ich cool finde. Und deswegen habe ich beide prinzipiell gereizt. Und mei, du hast dann halt gesagt, hey, wollen wir das nicht machen? Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt schaue ich mir nochmal die erste Episode an. Und es ist sehr offensichtlich, dass es von Frank Miller ist. Da waren so ein paar Tropes drin. Ich meine, und dann an einer Stelle in dieser Episode habe ich mir gedacht, was hat Frank Miller gegen Bölfe? Keine Ahnung. Kenne ich irgendeinen Frank Miller Film, Comic oder so, wo er nicht irgendwo Bölfe umbringt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er einfach zu viel D&D gespielt. Die erste Quest ist, sie muss Wölfe töten. Ja, genau. Das ist ja auch das Coming-of-Age-Ritual in 300. Ja, er hat es auf jeden Fall damit. Und ich meine, Frank Miller, wir haben ja schon mal irgendwo, glaube ich, habe mal drüber geredet, dass er ganz gerne so Strongman-Geschichten erzählt. Deswegen die fast schon so einen leicht faschistischen Touch haben. Gerade 300 ganz besonders. Deswegen fand ich es ja hier mal interessant was zu sehen, wo er tatsächlich eine Frau in einer Titelrolle hat. Und so ein bisschen eine Twist auf die King Arthur-Legende sein soll. Also, cool. So, jetzt ist die erste Episode natürlich sehr, sehr voll und leidet natürlich unter dem, was unter dem die meisten Pilotfolgen leiden. Dass halt wahnsinnig viel Setup passieren muss und wahnsinnig viel erklärt werden muss. Und wir halt Exposition auf Exposition haben die ganze Zeit. Und gerade, es spielt ja, also ich meine, es ist ein Twist auf die King Arthur-Mythologie. Entsprechend spielt es wohl in einem fiktiven England. Aber da gibt es dann halt noch diese magischen Wesen und so weiter. Und mei, da muss man halt erstmal reinkommen. Und das, ja, das war in Ordnung. Irgendwo gibt es dann auch noch einen Merlin-Charakter, den ich ja ganz witzig fand. Aber was mir gefallen hat, also was mir besonders positiv hängen geblieben ist, ist so dieser aufgebaute Konflikt mit dieser christlichen, mit den christlichen Fanatikern. Ich meine, das ist was, was, das kannst du mir eigentlich immer wieder liefern irgendwie. Okay, die Bösen ist irgendein fanatischer Kult, irgendein fanatischer christlicher Kult, die Leute an Kreuzen verbrennen. Und I'm in, das, das funktioniert, ne? Ja. Wobei der, 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 der stärkste von denen halt irgendwie ein Emo-Boy ist, der literally Tränen tätowiert oder wie auch immer. Ja, ja, ja. Ich dachte, yo, ja, mal schauen, was da draus wirkt. Ja. Und das, das beschreibt eigentlich ganz gut, was ich, was ich mir die meiste, die meiste Runtime dieser Episode gedacht habe. Es war immer mal so was, oh, cool, böser christlicher Kult, die, die Leute verbrennen, okay, I'm in. Aber ihr Anführer ist irgendein Emo-Boy. Weird. Und dann halt auch, ne, dieser, dieser Arthur-Charakter. Ja, beziehungsweise bei vielen Charakteren hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also so richtig in der Welt, die fühlen sich so ein bisschen nicht in der Welt an. Es hatte so ein bisschen was von Cosplay teilweise. Mhm. Weil, keine Ahnung, aber ich glaube, da bin ich so ein bisschen verwöhnt halt von Game of Thrones, die es ja tatsächlich von Anfang an geschafft haben. Die Welt ist so, die fühlt sich so lebendig, so dreckig an. Mhm. Und hier, und das habe ich bei ganz vielen so Fantasy-Geschichten, hier war es dann immer, hat sich immer so ein bisschen angefühlt wie, wie schöne Menschen in Cosplay in einer Pseudo-Fantasy-Welt. Und das kann sich natürlich mit der Zeit auch noch, auch noch geben. Naja, das ist ja auch immer so eine Gewöhnungsfrage. Und wie der Rest der Welt dann aufgebaut ist. Aber die Episode war in Ordnung, ich bin jetzt noch nicht so hooked, aber ich meine, der Name Frank Miller und dieser, okay, wir machen einen weiblichen Twist auf die King Arthur-Legende mit einem bösen christlichen Kult, da ist schon genug da, wo ich zumindest gespannt bin, wo es hingeht. Klingelt bei dir eigentlich bei dem Namen Nimuel irgendwas? Es klingelt was, aber ich könnte nicht sagen, warum. Und Nimuel ist der Name der Fluss oder See, der Frau im See, die Arthur eigentlich, also dieses Schwert quasi ihm zurückgibt. Ach was, okay, okay, nee, das wusste ich nicht. Und die Episode fängt ja damit an, dass sie unter Wasser ist. Und das ist ein wiederkehrendes Element, dass sie davon träumt, unter Wasser zu sein. Und sie trifft auf einen jungen Mann namens Arthur, dem sie vielleicht dann irgendwann das Schwert geben wird. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall so ein Twist, der keiner ist. Aber ich, ja, ich mochte ja die, ich weiß gar nicht mehr, wie die Buchreihe heißt, aber es gibt eine Buchreihe, die sich mit der Origin-Story von Merlin befasst. So quasi wie, und ich weiß nicht mehr, wie der Autor hieß, ich weiß nicht mehr, wie die Buchreihe hieß, ich weiß nur noch, dass ich sie abgefeiert habe bis zum Gehtnichtmehr. Ich weiß eigentlich nur noch den Namen seiner Halbschwester Riannon, aber sonst weiß ich gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wie sein Name sein sollte. Auf jeden Fall so diese, diese keltisch-bretonischen, diese keltisch-bretonische Legendenwelt finde ich halt großartig. Und ich finde es schön, dass es eine Serie dazu gibt. Ich, Merlin, also Gustav Skarsgård als Merlin hat mich total genervt, weil ich halt Vikings gesehen habe, zumindest ein paar Staffeln davon. Daher kenne ich ihn. Und er ist halt so, macht er jetzt die Johnny-Depp-Geschichte von wegen, okay, ich habe einmal diesen Charakter gespielt und jetzt spiele ich immer diesen Charakter. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne den Charakter irgendwoher. Zumal tatsächlich so ein bisschen Johnny-Depp, also Jack Sparrow-Vibes bei mir ausgelöst hat. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, durchwachsen, durchwachsen tatsächlich. Ich habe Bock auf das Thema. Ich bin gespannt, wie sie es weiter bilden. Vielleicht wäre Warrior Nun die bessere Variante gewesen, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Können wir ja auch noch anfangen. Ja, parallel. Zwei Serien parallel, scheiß drauf. Ich meine, also bei 45 Minuten die Episode, das geht ja. Okay, vielleicht hören wir uns nächste Woche mit der ersten Episode von Warrior Nun und der zweiten Episode von Cursed wieder. Ja. Einfach ein Parallel-Reviewender-Serien-Prozedural-Podcast. Cursed, tatsächlich ist Cursed immer noch auf Nummer zwei, also in Deutschland zumindest. Wobei ich manchmal so das Gefühl habe, dass es ein bisschen biased ist, aber so, dass es mir eher Sachen anzeigt. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, die Top Ten ist schon so. Ist schon, okay. Weil tatsächlich war dieses Mafia-Ding auf Nummer eins im amerikanischen Netflix, wurde mir angezeigt. Ja, das macht ja auch Sinn. Ja, aber irgendwie war die schon so ein bisschen, alles klar, also schon durchwachsen und ich liebe halt, also ich gucke ganz viele Dokus. Naja, ich meine, das heißt ja nur, dass, also wenn das, dass das zumindest mal einen Tag auf Nummer eins war, das heißt halt, da haben wir einfach viele Leute mal draufgeklickt. Okay, das stimmt. Heißt ja noch nicht, nur wenn es dann mal eine Woche lang in den Top Ten ist, dann heißt das auch, dass Leute es langfristig auch anschauen. Mhm, mhm. Ja, das ergibt Sinn. Also ich bin noch nicht so, ich bin auch noch nicht so hundertprozentig on board. Ich habe tatsächlich schon einen Teil von einer zweiten Episode angeguckt, weil ich noch nicht auf dem Trichter war, dass wir das ja einfach jetzt so weitermachen könnten. Aber ich werde sie noch mal von vorne angucken, zumal ich sie mittendrin aufgehört habe. Also ich kann mich sowieso an nichts mehr so richtig erinnern von der zweiten Episode. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es könnte, es hat Potenzial, cool zu werden. Also rein visuell finde ich es halt cool bei Frank Miller und ja. Ja, es hat das Potenzial und ich finde halt auch, wie du gerade gesagt hast, du hast Bock auf das Thema und so geht es mir auch, ne? Ja. Also ich habe Bock auf das Thema. Jetzt ist es halt nur die Frage, wie es umgesetzt ist. Da hat es mich jetzt noch nicht vom Hocker gerissen, aber das kann auch werden. Wir reviewen so oder so die ganze Staffel, also ich schaue es mir auf jeden Fall an. Okay. Locked in. Yes, yes. Alles klar. Wenn du Bock hast, ich wäre voll dabei, auch noch Warrior Nun parallel zu machen. Völlig in Ordnung, weil dieses eine Episode pro Woche, das kriege ich auf jeden Fall unter. Ja. Ich finde es cool. Ich hoffe, ihr findet es auch cool und es ist nicht nur für uns jetzt irgendwie so etwas Therapeutisches hier. Ich würde auch gerne mal Norseman machen, aber ja, okay. Jetzt Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, wir können es ja ausschleichen, es ist gut, wenn wir es so versetzt machen, dann können wir eine ausschleichen und dann direkt die nächste anfangen. Oha. Oha. Oha, fuck, weißt du, was mir da gerade auffällt? Ich denke, wir sind fertig mit dem Review, oder? Ja. Wir haben eine Ankündigung, die wir noch machen sollten. Oh, stimmt. Oh, und ich habe noch nicht das gemacht, was ich versprochen habe, was ich tun sollte. Gut, dass wir die Ankündigung machen. Das hängst du einfach, hängen wir gleich hinten dran. Das wollte ich eigentlich am Anfang der Episode ankündigen. Ich hoffe, ihr habt es bis jetzt angehört, weil sonst kriegt ihr es nicht mit, aber wir sprechen dann einfach nächste Episode nochmal drüber. Wir haben uns dazu entschlossen, ein paar Kleinigkeiten zu ändern im Planet Film Geek Netzwerk. Wir hatten ja, oder wir haben, wir haben ja einen YouTube Channel, wo wir unsere Sachen immer hochladen. Und der Grund dafür, dass ich den YouTube Channel eigentlich immer haben wollte, war, dass das quasi so als Archiv funktioniert und man halt Playlisten erstellen kann und so eine Sammlung erstellen kann von, das sind alle Top 250 Folgen, das sind alle Directed By Folgen. Aber YouTube ist halt umständlich und wir machen einen Podcast und nicht Videos. Deswegen hat es immer nicht so wirklich Sinn gemacht und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, das Ganze etwas zu ändern. Wir haben zusätzlich zu diesem Planet Film Geek Main Feed, an dem sich nichts ändern wird, noch zwei weitere Podcast Feeds gestartet. Nämlich einen Directed By Podcast Feed und einen Top 250 Podcast Feed, die dienen hervorragend natürlich als Archive, wo alle Top 250 Episoden und alle Directed By Episoden da dann auch nach Staffeln sortiert landen werden. So, dass man, falls man irgendwo mal zwischendrin einsteigt und interessiert ist, die älteren Episoden zu hören, nicht ewig durch den Main Feed suchen muss zwischen den ganzen Reviews und Challenges und was hier noch so alles passiert, sondern wirklich spezifisch nur nach dem Format schauen kann. Und natürlich auch für die Leute, die jetzt nur an, keine Ahnung, nur an Top 250 interessiert sind und den ganzen anderen Kram gar nicht wollen, dann reicht auch natürlich völlig dieser Feed. Also sucht mal nach PFG Top 250 und PFG Directed By, wo auch immer ihr Podcasts hört, falls euch das interessiert. Die sind unser Archiv und für die Leute, die an älteren Episoden interessiert sind, da sind sie auf jeden Fall viel leichter zu finden. Aber im Zuge dessen wird natürlich auch der YouTube-Channel halt dicht gemacht, weil, wofür? Genau, er macht halt einfach so viel mehr Arbeit. Tatsächlich, ich glaube, meine Mutter ist die Einzige, die unseren YouTube-Channel tatsächlich praktisch fand. Ah, okay, ja, tatsächlich. Ich habe noch nie jemanden gehört, der jetzt gesagt hat, okay, ich suche da spezifisch auf YouTube nach den Playlisten und so weiter. Und so macht es halt mehr Sinn, so ist es praktischer. Und wir haben es jetzt halt für Top 250 und Directed By gemacht, weil, ich meine, ihr habt ja gemerkt, das sind so die zwei wirklich kontinuierlich fortgeführten Formate. Für die Challenges lohnt es sich, glaube ich, nicht so wirklich. Und alles andere bleibt halt, also der Main-Feed hier bleibt unsere bunte Spielwiese. Und gerade die zwei Formate, die wirklich davon profitieren, wenn man wirklich auch die alten Episoden leicht finden kann und gerade im Fall von Directed By auch nach Staffeln sortiert, was ja praktisch ist, dass man das machen kann. Ja, das macht halt Sinn. Ja, deswegen lasst uns wissen, ob euch das taugt, ob euch das hilft. Lasst uns für diese Feeds mal ein Abo da. Das wäre natürlich großartig. Und dann, das macht es natürlich auch einfacher, wenn ihr jemanden kennt, der nur an einem Format vielleicht interessiert wäre, das Format spezifisch zu teilen. Und dann muss man nicht sagen, okay, da gibt es noch den Main-Feed und da machen die auch noch anderes Zeug, aber hört ihr mal das spezifisch an. Genau, das ist der Hintergrund. Hier reden sie nur über Hitchcock und zwischendrin über ein paar wenige andere. Ja. Anna-Lili-Amiopur, wir haben es ja schon angekündigt, die Zwischenstaffel ist jetzt, also soweit sind wir jetzt bei der Veröffentlichung. Ah, tatsächlich schon. Ja, ja, wir haben gerade Blackmail veröffentlicht. Das heißt, Anna-Lili-Amiopur kommt dann irgendwann demnächst raus. Da müssen wir ja, gut, dass wir wieder eine Aufnahme terminiert haben, unser Backlog. Ja, ja. Ach, der ist immer noch, ich glaube, es sind immer so fast zehn Episoden im Voraus, also. Ja. Alles gut, alles gut. Okay, apropos Backlog. Gut. Wir haben jetzt ein bisschen was, was wir die nächsten Wochen irgendwie hier in Angriff nehmen können, was ich sehr schön finde. Und ich freue mich auf dann. Auf dann. Bis dann. Lasst uns wissen, wie ihr das, wie ihr die Filme findet und so weiter. Wie findet ihr Curse? Wie findet ihr uns? Sollen wir denn Warren dann machen? Wie findet ihr uns? Auch privat so. Das ist sehr interessant. Genau, wie findet ihr die Idee mit den Archiv-Feeds? Lasst das uns wissen. Planet Film Geek überall, wo man Social Media findet, was? Nee, unter planetfilmgeek.gmail.com Auf jedem Handy. Ja, genau. Auch auf deinem Handy. In deiner Wohnung für dich verfügbar. Alles klar. Okay, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann.